Also irgendwie sitze ich ganz eindeutig auf der falschen Seite. Wollen wir tauschen? Du meinst, jetzt wollen wir es so können, so. Und dann so rüber. Und so. Und so mache. Jetzt geht das im neuen Studio, ja? Komm, wir machen es nochmal und bis dahin ist das Intro vorbei. Bis gleich. Willkommen zurück. Das war schon wieder, oder? Ungewohnt, jetzt den Daniel wieder dabei. Aber für heute musste der Daniel einfach kommen. Wir haben heute was Exklusives, weil endlich war es soweit. Wir haben auch mal einen exklusiven Spoiler bekommen. Den habt ihr vielleicht sogar dann schon gesehen. Wenn ihr jetzt auf YouTube das schaut, bevor ihr den Spoiler so gesehen habt. Wir dürfen eine Karte revealen. Beziehungsweise wir dürfen eine Karte revealen und wir werden sie in diesem Video zeigen. Deshalb habe ich den Daniel dabei. Aha, was für eine Karte ist denn das? Ja. Achso, oh, guck mal. Das ist ja praktisch. Ich sehe sie. Aber du darfst gerne fortfahren. Weil ich bin mir auch sicher, dass diese Karte, die ich jetzt hier in der Hand habe, bestimmt auch irgendwo in einer dieser Folien. Welche Karte das ist? Rate doch einfach. Also, von vorne weg, der Spoiler stand, heute ist der 22.10. ist nicht aktuell. Es fehlen Karten, aber es sind ja immer so viele Karten. Das heißt, wir besprechen jetzt alle Karten, die ich bis heute vorbereitet hatte. Und die vom Wochenende und was so kamen seitdem, das bekommt ihr dann im nächsten Video. Aber wir fangen jetzt hiermit an. Wir haben einmal eine Judy Hopps. 6 kostet Inkable 3.6. Unterstützen, questet für 2. Am Ende deines Zuges darfst du deinen anderen Charakter wählen und bereit machen. Den Effekt kennen wir ja schon. Ist jetzt nicht schlecht, finde ich. Gerade wenn man mit ihr auch unterstützt oder questen geht, kann man ja einen anderen Charakter dann entweder größer machen. Oder, also beim Questen unterstützt man, das heißt, man questet weniger, ein anderer Charakter wird größer. Den könnte man theoretisch wieder ready machen, um dann vor dem Zerstören zu beschützen. Oder halt einen anderen Charakter generell ready machen, um ihn zu beschützen. Als nächstes haben wir dann Chip und Chap. Das ist unsere zweite doppelte Karte. Das erste Mal war Floatsum und Jetsum, also doppelte Karte. Und die kann man jetzt auch auf beide Seiten quasi Gestalt wandeln. Also auf entweder einen Chip oder einen Chap. Und jedes Mal während deines Zuges, wenn eine Karte in dein Tintenvorrat gelegt wird, darfst du einen Charakter aus deinem Ablagstabbezug auf deine Hand nehmen. Finde ich als Effekt super stark. Enabled jetzt halt nochmal eine andere Farbe mit Blau zusammen. Weil Blau-Gelb war jetzt die ganze Zeit eher nicht so eine Farbkombi, die mehr gespielt hat. Nur in diesem Heilthema, falls das das Hauptthema war. Akkodex gab es halt, so ein Mufasa-Akko quasi. Ah ja, das ist zu neu. Mit Anna und so. Das hast du jetzt nicht gesehen bis jetzt. Aber ja, das gab es oder das gibt es. Das hier driftet dann so ein bisschen mehr in die Schiene ab. Ich möchte halt auch inken. Kombinierbar dann weiterhin mit dem Heilthema. Weil es gibt ja dann in Blau und in Gelb Sachen, die heilen oder auf heilen Lore machen. Plus das da zusammen dann noch auf Ink-Lore. Plus dann halt auch Charaktere wieder auf die Hand geben. Ist denke ich eine Karte, die gespielt werden könnte. Gerade weil es halt Gestaltwandel 5 ist. Und auch dann direkt questen könnte für 3. Soll 3 billiger, ne? High Five mehr oder weniger kannst du spielen. High Five dann mit Bernstein zusammen, statt Smaragd früher. Gegebenenfalls, man weiß es nicht genau. Aber ich weiß halt nicht, was gibt es? Gibt es gute Chip und Chaps? Die dazu passen könnten? Ich habe, also wir haben Chip und Chaps revealed. Ich glaube es sind hier noch, ich weiß nicht, ob hier in der Folies welche drin waren. Aber die waren eher so okay. Okay. Jeef Bogo. Solange du mindestens einen Gazelle-Charakter im Spiel hast, erhält dieser Charakter Singen 6. Ist das relevant? Gibt es einen guten Song für 6? Ja, die Sache ist, es ist relevant, wenn man weiß, dass in diesem Set eine Gazelle drin ist, die 2 kostet. Das heißt, die können zusammen für 8 Under the Sea singen, weil die andere Gazelle ist grün. Dafür wäre sie relevant. Ansonsten sind eher Songs für 5 kostet relevant. Ja, weil die Ariel kostet ja 3 und macht das für 5. Holy World, Grab Your Sword, aber dann gäbe es nur eine gelbe Gazelle. Und ich glaube, die im letzten Set war relativ schlecht. Das war auch eine Singer irgendwie. Also sowas habe ich im Kopf. Ich weiß es nicht genau, man hat es halt nie gespielt. Das ist halt, die Frage ist halt, warum sollte man den spielen, anstatt zum Beispiel den Prinz Navin. Man braucht halt das Setup, man braucht die Gazelle, dann muss er eine Runde liegen und dann passiert erst was. Ich weiß es nicht. Da ist die aktuelle Kombo mit Kida, glaube ich, einfach stärker. Prinz Navin, Vanilla-Character. 2-3, kostet 2, Tintbar, questet für 1. Ja, sind halt jetzt auf einem anderen Charakter-Stats, die wir so schon kennen, genau wie auf dem Simba hier auch. 1-4, questet für 1, kostet 2, Tintbar auch, Vanilla. Über so Charaktere müssen wir, glaube ich, nicht viel reden. Sind außerhalb von, ich brauche sie zum Shiften eigentlich nicht zu gebrauchen. Also man hat eine Deadline, die man in einem Deck braucht. Und meistens ist das entweder dann, wie hier, das 1-4, das er mir aushält. Der würde halt so einen Dreier, einen Kosten mit 3 Angriff überleben, aber auch halt nur einmal. Ist jetzt die Frage, brauche ich sowas wirklich? Ja, nicht. Gutes Simba-Target habe ich jetzt auch nicht wirklich. Gibt es bessere Simbas, finde ich, die man drunter spielen könnte. Gehen wir weiter zum Rabbit. When you play this character, you may remove one damage from a chosen character. Ja, es ist ein Timon, heißt jetzt aber Rabbit und es ist ein Pirat. Das ist gut, also dass er Pirat ist, macht es, glaube ich, gut. Im ganzen Set sind sehr viele Piraten, sehr viel Piraten-Synergie drin. Jolly Roger. Es gibt alte Piraten-Synergie, also man kann jetzt Piraten spielen. Offiziell in gefühlt jeder Farbe, weil da kommen noch ein paar mehr. Puh, Pirate-Chip. Pirat. One-Cost-Item für Tappen und 3 zusätzlich bezahlen. Return a Pirate-Carrie-Card from a Discard to your hand. Passt ins Piraten-Tribal, ist ein gutes Item. Kostet halt relativ viel zum Benutzen, aber du kannst es immer machen, wenn du halt Tintyp beschastst. Was kostet Revive? Revive kostet auch 3, oder? Es kostet sogar mehr, glaube ich, 4 und ist antintbar. Also es ist die bessere Option. Ist besser für Piraten als Revive. Dann haben wir hier mal wieder ein Rafiki. 2-2 kostet 1, tintbar. Questet für 1. Das ist der typische Einser-Drop-Body, den wir so kennen. Würde ich vor jedem anderen spielen. Ich mag Rafiki am allermeisten. Na gut, es kommt halt darauf an, welches Shifter du spielen willst. In dem Fall macht er halt mit dem nächsten Rafiki Sinn. Gestalt war 07. Jedes Mal während deines Zuges, wenn eine Karte in deinen Tintenvorrat gelegt wird, darfst du eine Karte ziehen. Questet für 4, 6, 6. 9 und tintbar. Ob der gespielt wird, ist jetzt die Frage. Ich denke eher nicht. Dafür ist er viel zu teuer. Also selbst Gestalt gewandelt ist er viel zu teuer. Und die Rafikis, die wollen ja meistens was machen. Also wir haben jetzt den Vanilla-Rafiki, der jetzt nichts erstmal macht. Aber die anderen sind oft rasant, kriegen Power, wenn sie gespielt werden zum Teil. Oder einfach Challenger. Das heißt, die wollen wo reinlaufen. Auf der einen Seite verstehe ich nicht. Warum haben sie einen... Also ja, ich finde es schön, dass es ein One-Trop-Rafiki mit 2-2-Statline ist. Aber dann hättest du doch gar nicht gebraucht in dieser Farbe. Nee, also in Lilla gar nicht. Du hast doch ein 0-3-Rafiki oder 0-2-Rafiki, der Challenger wird mit 3. Du hast vor allem 1-Trop-Rafikis. Du hast 1, 2, 3, 4, 5-Trop-Rafikis, die alle in die Curve passen würden, die alle gut sind und gespielt werden würden. Vielleicht haben sie... Also meine Vermutung ist ja immer... Haben sie bis jetzt auch immer so gemacht. Wenn du einen Gestaltwandler im Set hast, hast du immer einen kleinen Charakter, auf den du shiften könntest. Und wenn sie jetzt einen zusätzlichen Charakter machen wollten, haben sie halt einen 1er-Drop Vanilla gemacht, nach dem man shiften kann. Das ist meine Vermutung, warum es den gibt. Du meinst, dass im Set quasi... Die Vermutung von Set 2 ab war ja eh, dass wir quasi jedes Deadline irgendwann in jeder Farbe haben. In der Farbe haben wir das jetzt, glaube ich, schon 4- oder 5-mal den One-Drop mit 2-2 auf verschiedenen Charakteren. Es gibt auf jeden Fall den... Es gibt einen Archimedes. Den Olaf. Es gibt einen Archimedes. Nee, Olaf ist 1-3. Es gibt den Archimedes aber mit 2-2 auf jeden Fall. Es gibt noch einige mehr, aber ja. Jetzt haben wir einen Rafiki, jetzt haben wir wenigstens ein Ziel, um Gestalt zu wandeln. Ist okay. Genie. 4 kost 2, 4, wendig. Wenn du diesen Charakter ausspielst, ziehe eine Karte. Questet für 2. Andere Hasen. Könnte für manche den Hasen ersetzen, aber macht für mich weniger Sinn, weil der Hase immer noch besser ist. Also, man kann jetzt argumentieren, er ist wendig und questet für 2, super stark. Dafür zieht er halt wesentlich weniger Karten als der Hase, weil er zieht so nur, wenn er gespielt wird. Denn der Hase zieht halt safe, wenn er kommt und wenn er geht was. Ist aber nicht wendig. Gut, aber jetzt mal realistisch. Also, in meiner Welt würde ich tatsächlich, glaube ich, einen Genie vor Hase spielen, weil der wesentlich mehr Druck macht als ein Hase. Weil, ich sag mal so, wie viele Karten willst du in Amethyst ziehen? Ja, die Antwort lautet ja. Ja, die Sache ist mit dem Spoiler von heute oder von gestern, meine ich. Der neue Genie, der Legenden-Genie, ist der schon sinnvoll, weil du willst gar nicht mehr so viele Karten ziehen in Amethyst. Weil der Genie eine neue Mechanic hat, die der reinbringt. Kann man hier schon mal ansprechen. Werden wir euch nochmal in einem anderen Video zeigen. Der neue Legenden-Genie sagt nämlich, immer wenn du eine Karte spielst, ziehst du eine Karte. Ist ein Gestaltwandler. Und immer wenn du fertig bist mit deinem Zug, legst du alle Karten von der Hand unter deinem Eck. Also ziehst du mit dem eine Karte, shift das drauf und dann legst du eh deine Hand weg. Also willst du ja gar nicht mehr ziehen. Und die Sache bei dem Merlin zum Beispiel ist ja... Für wie viel questet der? Der große Ding? Für drei oder für vier, irgendwie so. Okay. Also ziemlich stark auf jeden Fall. Wir haben hier eine Naseweiß, auch wieder eine Gestaltwandler. Kostet sieben, ist tintbar. Fünf, sechs, questet für zwei. Ist auch wendig. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, erhalten deine anderen Feen in diesem Zug plus eine Legende. Ist jetzt außerhalb von Stahl-Ametyst eher weniger interessant, weil fast alle Feen in den Farben sind? Ich hab mal eine Frage. Wie viele Subt oder wie viele Eigenschaften willst du denn haben? Verbündet, Königin, Fee, Kapitän. Ist übrigens eine sehr, sehr gute Karte für das Stahl-Ametyst-Ding, weil jetzt kann man wie der Blue Fairy spielen. Man kann diese Tink spielen, man kann die Stahl-Tink spielen, man kann den Smee spielen, weil sie ist ja auch ein Käpt'n. Das war nämlich meine Frage. Also in der Kombination ist das eine, denke ich, sehr gute Karte. Guck mal, da kommt die Smee. Nächste Karte, Feenglanz, Gegenstand, kostet vier, ist nicht tintbar, benutzen würde erschöpfen plus zwei Tintekosten, ein Charakter deiner Wahl erhält bis zum Beginn deines nächsten Zuges herausfordernd plus zwei und wendig. Das ist immer das, was du dir gewünscht hast. Das ist das, also das hat vor allem diesen wichtigen Zusatz bis zu Beginn deines nächsten Zuges, ist halt ein bisschen teuer. Also wenn es mal liegt, ist es okay. Wenn es tintbar wäre, würden wir es wahrscheinlich viel öfter spielen als so. Aber ich könnte sehen, dass das so zweimal als so Tag-Karte gespielt werden könnte, weil, wie gesagt, das Herausfordernden und wendig bis zum nächsten Zug ist schon besser als alles, was wir hatten. Es braucht selbst nichts mehr, was wendig ist. Das ist halt sehr gut. Und das macht, also gerade wenn du jetzt wieder siehst, wir haben jetzt zwei Charaktere auf einer Folie, die wendig sind und du brauchst was gegen wendig auch im Set. Ähm, ja, also du brauchst mehr oder weniger nichts selbst mehr, was wendig ist, um wendige Charaktere loszuwerden. Endlich wie der Mauis Fischhaken hier war. Ja. Sagen wir mal, das Feenschiff, ein One-Drop-Location, tintbar, bewegen kostet eins, hat vier Willenskraft und erzeugt eine Legende die Runde. Mehr muss man auch nicht dazu sagen, weil Vanilla-Location. Gehen wir weiter zu viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Ähm, Aktion-Lead für eins, tintbar. Alle gegnerischen Mitspielenden legen die obersten zwei Karten ihres Decks auf ihren Ablagestapel. Willst du doch millen spielen, ja? Also man kann jetzt millen. Also wirklich millen. Das vorher war ja so semi, man hat gewheelt mit Holy World, aber jetzt kann man effektiv millen. Warum ist das? Ich weiß aber nicht, wie stark das sein soll, weil, gut, für eins zwei weglegen. Dann mit Holy World müsste man mal drüber rechnen, wie oft man dann noch mehr ziehen oder millen müsste. Also spätestens dann, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Gegner sich was auf sein Deck legen kann, was ja schon da ist, gewinnt diese Karte an Spielstärke. Ja, also ich würde sie nicht als schlecht abtun, also ich denke schon, also gerade als Tech-Karte, gerade weil sie tintbar ist und so wenig kostet, kannst du benutzen. Ich sehe aber trotzdem eher so die Verwendung in Stahl. Also mit Holy World zusammen, dann die Karte millt auch noch zusätzlich. Also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, spätestens dann, wenn dieses Tutoren eine Rolle spielt, könnte das interessanter werden. Ja. Wir haben hier ein hartes, wo ein bisschen was über die Schrift drüber ist. Jedes Mal, wenn einer deiner anderen Charaktere im Zug einer gegnerischen Person, warum auch immer das da steht, verbannt, äh, nee, im Zuge einer gegnerischen Person, so ist es richtig. Jedes Mal, wenn einer deiner anderen Charaktere im Zug einer gegnerischen Person verbannt wird, sammelst du zwei Legenden. Das heißt, wenn ich nicht dran bin und einer meiner Charaktere außer dem Hades verbannt wird, kriege ich zwei Legenden. Ist ein bisschen kontraproduktiv, weil er will ja selber questen. Das bedeutet eigentlich, ich muss viele Beschützer dazu spielen. Oder Sachen, die den Hades beschützen. Auf der anderen Seite. 3, 4, Unincable für 6. Ist halt auch, was ich an der Karte nicht mag, ähm, ist, dass diese Karte dem Spiel, also das Spiel an sich, der sagt dem Gegner ganz eindeutig, spiel doch, wie das Spiel richtig gespielt wird und geh sammeln. Gewinn doch einfach dein eigenes Spiel und lass meine Charaktere in Ruhe. Ja gut, auf der anderen Seite ist er halt auch für der, für 6 spielt der Gegner in Rot einfach eine... Das sowieso. Eine Madame Medusa und er ist weg. Ich weiß jetzt nicht. Also wie gesagt, der Hades sagt, spiel so wie das Spiel sich richtig gehört und fang einfach an, so Legende zu sammeln und lass mich einfach in Ruhe. Das Problem ist, es gibt ja in Gelb und Lila schon ein ganz schlimmes Deck eigentlich und der macht das Deck noch schlimmer. Das Gute ist, dass er 6 kostet, das heißt, das Deck wird den eher nett spielen. Aber trotzdem könnte das schon nervig sein. Also ich mag Agro-Mackshops eh schon nett und die werden immer schlimmer. Ich weiß nicht, warum es immer wieder mehr Support für dieses schnell Legenden sammeln geben muss. Es nervt mich. Ich hasse es dagegen zu spielen. Aber es fühlt sich einfach nicht schön an. Also ich spiele mein Spiel dann halt nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Ich bremse den und sobald der einmal gebremst ist, kann er auch aufgeben fast. Also es gibt wenig Decks, wenn die bei 10 oder so, wenn du die da gebremst kriegst, dann machen die Decks nichts mehr. Dann haben die verloren. Wenn die auf 15, 16, 17 sind, dann hast du verloren, weil die dann von Top-Deck einfach Karten kriegen mittlerweile, die denen einfach so straight das Spiel gewinnen. Aber ich mag diese Spielart einfach nicht. Es nervt mich. Und ich finde es ein bisschen doof, dass es da jetzt theoretisch mehr Support gibt, auch wenn der, denke ich, nicht gespielt wird. Aber als Tour-Off in so einem Agro-Ding legst dein Board vorher voll, kommst du auf sechs Tinten trotzdem noch und spielst den dann hinterher. Dann hast du so oder so verloren. Kannst kein Be-Prepare mehr spielen, weil dann gewinnt der straight und musst ihn eigentlich vorher loswerden und dann erst die anderen sagen. Es ist ein bisschen nervig. Aber ich denke, es ist eine okaye Karte, könnte das Spiel sehen. Wie gesagt, macht dieses eine, gerade das Bernstein-Ametys-Deck einfach viel schlimmer, finde ich, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, werden wir abwarten, ob das ein Spiel sehen wird. Dann haben wir hier die Mama Odie. Eine neue Mama Odie. Jetzt kann man Blurple Mama Odie weiterspielen. Every time you play a song, you may move up to two damage counters from a character of your choice to the opposing character of your choice. Ja, Mama Odie hat wieder Song-Synergie. Die alte Mama Odie inkt ja, wenn du singst. Die bewegt Damage, wenn du singst. Wenn das so weitergeht, dann ist das so ein, ich spiele Mama Odis und egal, was ich singe, ich mache Sachen. Ich mache gefühlt alles. Ich sehe den Max ja schon ein Deck damit bauen, weil der mit der alten Mama Odie schon ein Deck gebaut hat. Fände ich witzig. Gerade auch mit dem neuen Genie, weil das wird dann auch so ein absurdes Deck. Also du spielst den Lilla, den Genie, der sagt immer, wenn du eine Karte spielst, ziehst du eine Karte, dann spielst du Songs, um mit Mama Odie weiter zu inken und hier Damage zu bewegen. Und dann hast du so ab einem Zeitpunkt X, ich spiele jetzt nur noch Songs und ziehe mich into Oblivion und das Game ist gleich vorbei. Oder, ja, warte ab, es kommt noch eine Karte, die sagt, wenn du einen Song singst, ich ziehe eine Karte. Gibt es ja mit der Muschel theoretisch schon, aber das ist eine andere Farbe, ist gelb. Mystical Tree, Mama Odie's Home, kostet zwei, ist hintbar, zum Bewegen wird es eins kosten, hat sieben Willenskraft. At the start of your turn, you may move one damage counter from chosen character here to choose an opposing character. At the start of your turn, if you have a character named Mama Odie here, gain one lower. Tja, machst du noch mal. Mehr Mama Odis. Wir brauchen mehr Mama Odis. Da drückt man einen Basel, der Evasive. Den haben wir ja quasi schon gesehen, das ist der hypnotisierte Basel. Kostet drei, ist hintbar, drei, zwei, Evasive für eins, ja. Standard. Das ist so ähnlich wie der Sir Hiss, ich glaube der Sir Hiss war billiger, dafür hat der eine Willenskraft weniger gehabt. Aber ja gut, was soll er mit zwei denn aushalten? Also wirklich eher uninteressant. Da haben wir hier einen sehr interessanten Captain Hook. Weil auch wenn es Piraten-Support gibt, gibt es auch natürlich Anti-Piraten. Solange dieser Charakter erschöpft ist, können gegnerische Piraten nicht erkunden. Oh, er ist der Captain. Kostet drei, kostet drei, ist hintbar, eins, vier, questet für zwei und jedes Mal, wenn dieser Charakter herausgefordert wird, ziehe eine Karte. Wir sind jetzt so wieder ein bisschen zu Back-to-Basics bei Grün. Wenn die Charaktere angegriffen werden, machen sie was. Das habe ich ein bisschen vermisst bei Grün. Es war jetzt sehr hart auf diesem Discard und Karten ziehen in den letzten Sets. Also man hat gemerkt, die haben da hart nachgelegt. Grün zieht wie verrückt Karten, das ist das Wahnsinn. Naja, wir sind jetzt ein bisschen back to dem, ich möchte gechallenged werden. Thema quasi und die Piraten können eh nicht erkunden vom Gegner. Der Dawson, Standard, Basic, drei, vier, questet für zwei. Ja, Vanilla müssen wir glaube ich nicht so viel dazu sagen. Wir haben hier eine Jasmine, gleich eben Doppelpack. Einmal die kleine Jasmine. Ich finde übrigens gut, dass es jetzt schon solche Effekte gibt. Und zwar, when you play this character, choose one. Und man hat mehrere Möglichkeiten. Hier ist es Gott sei Dank einmal ohne was extra zu bezahlen. Weil zum Beispiel die Anna in dem letzten Set war so ein, Ja, das ist basically ein Fünftrop, weil ich brauche die ja vorher nicht. Ähm, drei kostet Tintbar, zwei, drei. Und die Effekte, die man wählen könnte, wären extra Chosen Damage Character oder Chosen Opposing Character against Reckless. Ich glaube, die zweite Option ist die relevantere. Ja, ersetzt dadurch billiger, viel, viel günstiger John Silver zum Beispiel. Ja, oder der Iago, den wir vorher tappen müssen. Also die macht das quasi direkt schon. Ähm, gab es denn auch eine, einen Tintenlander, der das auch ähnlich gemacht hat? Ja, den ersten Effekt will man wahrscheinlich nur machen, wenn man die andere Jasmine vorbereitet. Also es basically hintereinander spielt. Gut, ist jetzt die Frage, ob man das wirklich so machen wollen würde, weil das muss ja auch Damage, beziehungsweise die Charaktere müssen ja erschöpft sein und vorher muss da Damage drauf sein. Ähm, weil die andere Jasmine macht sechs Kost, Tintbar, fünf, fünf, Quäste für zwei, Gestaltwandler fünf, ist nur eins billiger diesmal. Also wir sehen eine Variation in den Gestaltwandlerkosten, je nachdem wie gut die Charaktere auch sind. Ähm, falls du Gestaltwandler benutzt hast, um diesen Charakter auszuspielen, schicke alle anderen erschöpften Charaktere auf die zugehörigen Hände zurück. Ich sehe böse Decks. Ich sehe ganz, ganz böse Decks. Ich habe eigentlich jetzt schon keine Lust mehr, wenn jemand die Jasmine spielt. Ich sehe nämlich Lila-Grün. Und Lila-Grün wird so ekelhaft dagegen zu spielen. Aber warum Lila-Grün? Ich bin zu nicht im Game drin, das zu verstehen. Also erstens sagt es ja, alle Charaktere gehen quasi auf die Hand zurück, die erschöpft sind. Das heißt, du kannst deine ganzen Merlins-Questen gehen lassen. Genau, das kannst du, das ist richtig. Das habe ich verstanden. Dann werden die alle gebounced quasi. Das ist schon schlimm. Wenn du beim Gegner Sachen auf die Hand zurück gibst, es gibt ja die Clarabella im letzten Set. Die sagt, du ziehst so viele Handkarten auf, wie die Differenz von deinen zu den Gegner Handkarten ist. Also gibst du dem basically einfach alle Karten zurück. Es gibt in dem alten Set noch die Anna in dem letzten. Die sagt, erschöpfe alle gegnerischen Charaktere. Also ich sehe ganz, ganz nicht spaßige Spiele auf uns zu kommen. Im selben Zug könntest du natürlich dann auch noch deinen Genie dazulegen, der sagt, alle schöpfte Charaktere werden nicht mehr bereit. Macht super viel Spaß, dann gegen so ein komplett Lock-Deck zu spielen. Weil du spielst halt den Genie, shiftest die Anna, dann macht er eine Runde lang nix mit seinen Charakteren und kriegt sie dann nächste Runde von der Jasmin auf die Hand zurückgeschickt. Super toll. Macht richtig viel Spaß. Plus alles andere, was er eh noch bouncet in grün. Und dann spielt er eine Clarabella im nächsten Zug und dann zieht der 20 Handkarten auf und dann hat der ein schönes Spiel und du weinst einfach nur bitterlich. Das Lustige ist, dass Grün in sich quasi schon umgekehrt funktioniert. Dass ich Grün selbst aushebeln kann. Ja. Im Sinne von, wir haben das Discard-Thema, aber ich ziehe mich auch unendlich into oblivion an Karten. Ja, plus Discard in Verbindung mit Draw. Wenn der Gegner Discardet, drawst du. Und wenn der Gegner draw, drawst du auch. Also Grün hat gefühlt alles. Also jemand mag wohl offensichtlich aktuell Grün. Warum sollte man da nicht Grün spielen? Ja, weil man Grün nicht mag. Aber Grün ist schon sehr stark. Weil Grün nix verbannt, sondern nur auf die Hand gibt. Ja, also gut. Das fühlt sich genauso schlimm an. Du hast nämlich aktuell auch noch die Musen in der Meta drin. Die sagen immer, wenn ein Song gespielt wird, kannst du was, was zwei Power hat oder weniger auf die Hand zurückschicken. Also ich kann dir sagen, am Sonntag gab es ein paar lange Gesichter wegen dem. Weil die sind auch noch behütet. Macht nicht so viel Spaß. Ach ja, behütet ist das so eine Sache. Peter Pan, der Spatzvogel. Endlich hat die große Tink einen großen Freund bekommen. Die gleich groß sind. Vielleicht. Und das ist quasi derselbe Ausschnitt, wie wir vorhin bei dem Fehnstaub gesehen haben. Nur ohne den Peter auf der anderen Karte. Mal hier. Guck. Ja gut, auf dem Schiff halt, ne? Das ist quasi dieselbe Szene. Ich mag sowas. Ich find das schön. Dieser Charakter kommt erschöpft ins Spiel. Ist auch sehr weird erstmal. Vor allem, weil er halt viel kostet und so ein Drawback hat. Also sieben kosten, Tintbar, vier sechs, questet für eins. Das macht der Effekt nicht besser. Kommt erschöpft ins Spiel. Solange dieser Charakter erschöpft ist, können gegnerische Mitspieler keine Legenden sammeln. Außer eine ihrer Charaktere hat in diesem Zug herausgefordert. Das Problem ist, der kann ja herausgefordert werden. Und man kann das ja nicht verhindern. Also er ist nicht mal evasive. Fakt ist, wenn der alleine da liegen würde und du alles andere nicht tust und einfach nur dazulegst, dann questet keiner mehr. Ja, aber effektiv macht der eine Runde lang was. Der verhindert eine Runde lang, dass er mit so viel Questen geht, wie der halt braucht, um removed zu werden. Ja. Bzw. ne, du musst ihn nur einmal challengen. Du kannst ihn mit einem einen Seiten challengen und dann ist der Effekt weg. Hä? Das ist eine komische Karte. Ne. Also da gibt es bessere Karten, die so Effekte haben. Das ist bestimmt protect, das ist bestimmt beschützend. Behütet. Der ist behütet. Protetto, stimmt. Headcliffe, 3-3, questet für zwei, vier, Tintbar. Darf ich mal ganz laienhaft fragen, wo kommt der denn her? Ähm, das ist Big Hero 6. Das ist der Butler von dem, in dem Kostüm, in dem Maskottchen-Outfit. Der ist ja eigentlich reich. Du hast Big Hero 6 hier geguckt, oder? Solltest du nachholen, ist ein sehr toller Film. Ich wusste gar nicht, dass der Goofy in Französisch Dingo heißt. Ich finde auch ganz wild, dass der Kader Carlo, der bei uns für mich immer Kader Carlo ist, auf Englisch Pete heißt. Ja, aber Dingo. Das ist so weird. Das ist genau so. Das ist selber. Also, dass der Pete Pete heißt, ja, das finde ich ja noch okay. Der Carlo Pete, nein. Aber dass der Goofy Dingo heißt. Aber dass der Goofy Dingo heißt. Der überall anders der Goofy heißt. Warum? Ähm, also. Ich spiele Dingo. Goofy hat auf jeden Fall Ward. 1,4, questet für drei, kostet fünf, ist Tintbar. Und sein Effekt ist, Each time this character quest, choose a character who gains Ward until the start of your next turn. Also, der verteilt eine Runde lang Ward auf Charaktere. Ich nehme an, von dir. Das ist doch eigentlich ein cooler Effekt. Äh, ist ein sehr cooler Effekt. Vor allem, weil er ja selber auch Ward hat. Das heißt, er kann das Save einmal machen. Äh, ist ein bisschen teuer. Questet sehr stark dafür. Es ist ein Cusco anders. Ja. Ein Verteiler Cusco. Es ist ein Cusco theoretisch viel schlimmer, weil, den greifst du auch an. Dann, dein Charakter bleibt zwar liegen, aber du kannst dann irgendeinen anderen fünf oder sechs Cusco spielen, der auch absolut Bastard questen kann und machst den behütet. Also, ich finde den spielbar. Auf jeden Fall. Das behütet wird schlimm. Also, es gibt zwar jetzt auch Karten, die dagegen wirken, aber diese Go Wild, Go Behütet Decks, die werden jetzt sehr schlimm. Man kann Musen spielen, man kann den spielen, man gibt was anderem noch behütet. Also, es wird nicht schön für Sachen, die anzielen wollen. Ein Ska. Ein neuen Ska mit vielen Jähnen dabei. Five Drop Uninkable. Das ist so. Ah, der macht quasi Zähne blank wie Knight. Ja, es ist aber... Viel zu teuer. Warum Uninkable wird der? Es muss doch nicht sein. Rot ist schon toll. Rot hat tolle Karten, die man alle nicht spielen wird, weil sie alle uninkbar sind. Ähm, vier, zwei, questet für drei und macht Zähne blank wie Knight on Play. Zwei Damage auf was. Also, du brauchst einen anderen Charakter, weil sonst tötet er sich selber. Ist ein bisschen... Also, warum hat er nicht wenigstens drei, dass er das auf sich selber machen kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, so ist er einfach ein schlechter Prinz Erik. Wenn er kaputt geht, was banished. Also, questet nur wesentlich. Ne, questet eins wenig. Quests für drei, aber gut. Dann bräuchte ich den Effekt. Also, das ist nur in Verbindung spielbar, finde ich jetzt. Also, du brauchst einen anderen Charakter, der das abkann quasi. Ich verstehe nicht, warum er Uninkable ist. Der Effekt ist nicht so gut. Zähne blank wie Knight ist hintbar. Und, ähm, von den Stats her, dann hält man dem halt eine Legende weniger gemacht. Dann wäre der super spielbar gewesen. Oder wenigstens eine Willenskraft mehr, dass der Effekt auf sich selber geht. Dann wäre es super fein gewesen. Aber so, finde ich es ein bisschen hart. Finde ich ein bisschen hart. Denke ich, wird nicht gespielt, weil, da spiele ich lieber für eins weniger King Undisputed oder für eins mehr eine Tremaine oder so. Denke ich, ist die bessere Variante. Aktuell, ne, wenn man auf die Questpower gehen wollen würde. Aber, das wird ja sehr viel auch mit Lore-Steel gibt oder Lore-Verlust für den Gegner in dem Set. Denke ich eher nicht, dass das relevant sein wird. Ähm, da haben wir hier, die Bellwether. Immer wenn deinem Tintenvorrat eine Tinte hinzugefügt wird, erhält ein Charakter deiner Wahl deiner Wahl impulsiv. Damit sehe ich auch schon Decks auf uns zukommen. Das wird sehr, ähm, unwitzig für Leute, die halt gerne Questen gehen wollen würden, weil sie ist relativ günstig. Drei an Inkable, zwei, drei Questet für eins. Aber, man möchte mit ihr eigentlich gerne Questen gehen. Sondern man macht einfach alles reckless beim Gegner. Und, wenn man das mit Blau kombiniert, dann passiert das sehr oft. Das heißt, Tint dann drei bis vier Mal die Runde. Wenn ich dann das ganze Board immer reckless machen kann, gehe aber mit meinen erstmal nicht Questen, sondern sagen, oh, dann machst du erstmal nix. Ähm, könnte das sehr schlecht werden. Die Bellwether. Wendy Darling. Noch ein Captain. Und ein Pirat. Und ein Held. Eins, zwei kostet zwei, ist nicht hintbar. Wendig. Solange du mindestens einen weiteren Piraten im Spiel hast, erhält dieser Charakter plus eine Stärke und eine Legende. Ähm, ja, Rot bekommt jetzt irgendwie so ein bisschen Tools an die Hand, auch Agro zu spielen. Zwei, drei, wendig. Ich sehe halt auch Stahlpiraten. Ich sehe ja auch wieder Stahl-Rubin-Piraten. Weil du kannst halt Jolly Roger, dann sind sie alle rasant. Das ist eine super Location für Stahl-Ding-Piraten. Smee ist super krass mit ihr zusammen. Ja. Ja, also. Aber selbes Deadline, also selbe. Ja, aber du spielst erst die und nächste Runde den Smee. Oder umgekehrt. Ist ja egal, wie rum eigentlich. Na, erst den Smee, dann sie hinterher. Ja, dann kann der Smee schon mal questen gehen, kriegt kein Damage. Andersrum questet sie für zwei, kann wahrscheinlich nicht angegriffen werden, weil wenn dich. Na, sie questet noch nicht für zwei. Ah, doch. Doch, wenn der Smee liegt, ist ja ein Pirat. Also, schwierig. Ja, der würde auch für zwei questen. Deswegen glaube ich, ist die rum. Aber sie ist halt wendig, sie kann auch nicht angegriffen werden von jetzt so normalen Karten. Oder sie macht den Diablo kaputt. Ist halt auch, also, ist eine super starke Karte. Ich denke, dass die das Spiel sehen wird. Auch wenn sie unhintbar ist, aber stark. Das Ding ist, du brauchst halt Pirate zu, ne? Ja gut, in diesem Set werden wir zugeschüttet mit Piraten. Wir haben hier schon den nächsten. Guck mal, der John Silver da hinten. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du einem deiner anderen Charaktere einen Schaden zu verfügen. Wenn du dies tust, mach den Charakter bereit. Er kann in diesem Zug nicht mehr erkunden. Das ist ein krasser Effekt. Das ist quasi ein, nein, das ist kein, entfacht das Feuer. Entfacht das Feuer macht es einfach direkt. Du kannst auch einfach deinem Resist-Charakter einen Schaden pingen. Der kriegt den nicht, aber wird trotzdem ready. Also, Piraten-Locations. Ja, John Silver, denn John Silver macht sich selbst dem Stahl-Stone John Silver einen Damage und hat zwei Locations liegen oder eine, reicht ja schon. Jolly Roger, let's go. Im Übrigen hat er auch wieder eine grandiose Eigenschaftslinie. Sagengestall, Schurke, Alien, Pirat, Captain. Also, die Karten werden voll. Also, das sind wirklich Schurke, Alien, Pirat, Captain. Der ist ja gefühlt alles, was ein Piratendeck will. Pirat und Captain zu sein, ist ja schon mal krass. Schurke hilft in manchen Decks sogar auch noch. Vorne, die Wendy ist eine Heldin, das darf man auch nicht unterschätzen. Heldensynergie ist auch am Start. Wir haben hier in der Mitte noch die Adore Beezil Winterpop. Drei kost Tintbar 1,5. Solange dieser Charakter beschädigt ist, der hält er bloß eine Legende. Na gut, also, man kann mit dem John Silver dann sie auch wieder ready machen und ab dann questet sie auch eins mehr. Ich sehe auch hier Agro. Ich sehe viel Agro. Es mag nicht, was ich hier sehe. Ich mag mehr kaputt machen. I see darkness. Also, so richtig basically auf einem Boot Mickey Maus, oder? Ohne Scheiß. Der macht genau das, was diese Mickey Artwork sagen will. Bring mich an einem Ort, ich bin stärker. Ja, aber ich glaube, wir hatten so einen Mickey schon. Diese komische Erkundermicky, weißt du, wenn ich meine? Ja, aber der kostet eins. Ich glaube, der macht, nee, der andere, der auch am Ort stärker ist, auch in Rot, glaube ich. Oder in Stahl? Nee, das war Bernstein und hatte eins, zwei. Wenn ich am Ort bin, hatte er eins mehr. Dann war er zwei, zwei für eins. Ja, aber ich finde den Effekt einfach nicht gut. Nicht gut, nein. Nee. Der ist besser als der One Drop, weil, oder war sie drei, zwei für eins? Kann sein, keine Ahnung. Aber wir hatten so einen Mickey schon mal auf jeden Fall. Dann haben wir hier Mont de Oro, ein Goldstück. Kostet eins, ist tintbar. Erschöpfen und eins bezahlen. Banish das Item, ready a character of your choice. They cannot quest for the rest of this turn. Das ist halt für der Item-Synergie auf ready machen. Also ich weiß nicht, ob man das über das Schild spielen würde, weil... Warum willst du das Ex, warum willst du das Verband? Also das Verband, das Item... Ja, du kriegst ja Items wieder, ne? Also wir haben ja, man kann einfach ein zusätzliches One Drop Item spielen, das man benutzen kann, bevor man den Flavorsham benutzt. Ja, trotzdem. Eigentlich würdest du es ja umgekehrt machen. Erst den Flavorsham und das dann ready. Ach, Flavorsham, die Legende. Ja, damit kommen wir auch zu unserem Spoiler. Echt, ist es soweit? Ja. Hast du diesen Übergang gewählt? Als wäre es geplant, Alter, als wäre es geplant. Meine Damen und Herren, die Battlebären presenten hier unser Reveal für das Set 6. Wir haben bekommen, warum ich hier sitze, warum ich gesagt habe, dass Xaver Hampelmann eine Legende ist, haben wir euch zu zeigen einen wunderschönen zwei nicht inkable Xaver Hampelmann 02 Quested for 3 eine Rare-Karte, die wir präsentieren dürfen. Xaver Hampelmann, die Legende. Da ist er. Weil der Daniel auch so ein Riese ist, habe ich eine Ryan-Size-Karte für ihn gemacht. Weil ich so groß bin. Ein Xaver Hampelmann. Wir haben ihn auch nochmal hier. Der neugierige Erfinder. Dankeschön an den Lisa Tarn, der uns gefragt hat, ob wir das machen wollen. Wir haben gesagt, ja, natürlich machen wir das. Und als hätte er es gewusst, nein, wir bekommen keine Bären, sondern wir bekommen die Legende schlechthin. Er ist keine Legende, er ist nur eine Rare, es ist trotzdem die Legende schlechthin. Er ist im letzten Cent schon eine Legende geworden, auch nur eine Rare-Slot. Er wird jetzt wieder zur Legende, weil nicht hintbar, 0-2-Questet-4-3 ist besser als Pinocchio. Ja, denke ich auch. Und er ist Erfinder. Denkt dran. Besser als Pinocchio, er ist ein Erfinder. Er ist in einer anderen Farbe, das ist sehr wichtig, dass wir in den Farben nicht auch mehr so Sachen kriegen. Aber Blau-Gelb hat jetzt ein neues Tool. Blau-Gelb kann jetzt noch härter Akro spielen mit diesem Toot-Drop. Also, ich freue mich nicht, aber andere, die dieses Deck spielen, freuen sich sehr. Sie können jetzt Akro spielen. Effektiv. Xaver Humpelmann, that's unser Reveal. Ähm, ich mag Xaver Humpelmann. So, dann haben wir als nächstes den Nick Wild. Solange du mindestens einen weiteren Charakter mit Unterstützung im Spiel hast, erhält dieser Charakter plus zwei Stärke. Quatsch. Das Unterstützen ist ja eh schon nicht gut. Ähm, auf ihm könnte es okay sein, wenn er unterstützen hätte. Hat er aber nicht, also ich verstehe das nicht so ganz. gut, er ist ein 3-2-One-Drop, wenn du auf dem Two-Drop-Slot einen Unterstützer spielst. Will man das tun? Ich denke nicht. Ähm, ja gut, wie viel, ne? Ich denke halt, wenn wir keinen anderen Nick Wild haben, wird man den nicht spielen wollen. Ähm, dann haben wir hier den Yokai. kostet vier Tintbar drei, drei Quests für zwei. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du einen deiner Gegenstände zurück auf deine Hand nehmen. Wenn du dies tust, zahlst du zwei weniger für den nächsten Gegenstand, den du in diesem Zug ausspielst. Was? Das ist einfach verrückt. Ist das, das bedeutet? Ich spiele einen Popsicle, nehme einen Popsicle zurück auf die Hand und spiele den entweder für Null oder einen Quill für Eins oder einen Dime für Fünf und spiele dann meinen One-Drop-Popsicle wieder und ziehe eine Karte. Hä? Also, ist die Karte legit eigentlich gut? Die ist mega gut, ja. Die ist sogar legit sehr gut, weil, ja, weil ich im Prinzip für vier safe eine Karte ziehe, safe eine Karte ziehe, Punkt. Also, ich bin nicht ein Popsicle, spiele den, hol ein Popsicle auf die Hand, spiele den umsonst zurück. Die Sache ist, er muss eine Runde liegen, um das zu machen. Ja, also in Runde Fünf, das Gute ist, er kann das machen gegen Rot auch, weil, wenn es nicht Rot-Blau ist, können die nicht On-Curve töten, quasi. Also, die können nur mit Eisblock Brawl, Eisblock, ähm, Zwei-Eisblock-Siso oder Eisblock-Große-Siso oder Medusa können sie ihn wegkriegen, aber dafür müsst ihr Blaute zu spielen. Ansonsten macht er das einmal safe. Oder er spielt halt Hard-Removal, ja, klar, aber, ich finde ihn gut. So, On-Curve würde er das halt einfach machen. Aktuell wird in der Meta nichts gespielt, was den direkt kaputt macht, außer dann vielleicht noch, hier kam der große Zeus, aber ich glaube, die Gegner haben wichtigere Targets als den. Und er ist halt theoretisch eine Draw-Engine dadurch. Also, ich finde ihn gut. Ich würde ihn wahrscheinlich spielen wollen, auch weil er halt Erfinder ist. Erfinder kommen. Genau wie hier Gadget Hawk Ranch, die gute Trixie. Ich wollte es gerade sagen, die heißt doch Trixie. Ich habe nie gewusst, dass sie den Nachnamen hat. Wahrscheinlich. Two-Drop Inkable, die hat auch nur im Englischen den Namen wahrscheinlich. Ich wollte es gerade sagen, die heißt doch auf Deutsch nur Trixie. Ja. Zwei, drei Quests für eins ist Vanilla. Gut, wir wollen die andere Trixie draufspielen. Das ist ihr Purpose quasi. Können wir die nächste Karte einfach skippen? Oswald. Die kennen wir ja schon ein bisschen länger, aber der ist verrückt. Der lustige Has ist einfach verrückt. Zwei kost, nicht tintbar, zwei eins Quests für zwei. Jedes Mal während deines Zuges, wenn eine Karte in dein Tintenvorrat gelegt wird, darfst du die oberste Karte deines Decks aufdecken. Falls sie ein Gegenstand ist, darfst du sie konstlos erschöpft ausspielen. Falls nicht, lege sie unter dein Deck. Sondern da gab es noch irgendwo eine andere Karte, die irgendwas... Es gibt einen Hero, der sucht eine Karte on top of deck. Und zwar ein Item. Und jetzt fragst du dich, warum Lila diese Karte hat. Ja, das bringt aber nichts, weil du machst das im selben Zug. Du spielst den Hero, legst es oben drauf und inkst dann erst. Also, du musst den Oswald loswerden. Gott sei Dank kostet er nur 2-1. Ja, Gott sei Dank hat er hinten eine 1. Das wäre der Ultra... Also, wenn der hinten eine 3 hätte, wäre er Turbo-Broken. Dann wäre er hoffnungslos verloren. Oh, ist die süß. Help your hand. Choose a character, gain support this turn. Draw a card. Oh, ist die süß. Ich ziehe für einzelne Karte. Können wir weitergehen? Die ist auch ziemlich krass, finde ich. At the start of your turn, if you have a character here, you may put the top card of your deck into your inkwell face and exert it. Ja, ist doch gut. Das ist quasi... Vor allem... Das kostet 2. Du musst nur 1 zum Hinbewegen. Der hat 8 Leben. Hey, what the hell? Sehr, sehr stark. Nachteil ist halt, du kannst halt nie sehen, was du quasi in die Inkwell legst. Aber... Das interessiert die Farbe eh nicht, weil die spielen dann alle Mufasa. Hey, Mr. Smee, der kann wendliche Charaktere angreifen. Gott sei Dank. Ja. Das hatte man ja schon. Also, es gab einen Besen, der hat, glaube ich, 2-3 oder auch 3-2, der das gemacht hat. Wird gebraucht. In seinem eigenen Zug wendlich haben, ist gar nicht so schlecht. Vor allem, weil es ja auch den Lillan und Peter gibt. Der sagt, wendliche Charaktere haben rasant. Das heißt, wenn ich den in meinem Zug spiele und einen Peter habe, ist der auch rasant, theoretisch. Es geht aber, glaube ich, da eher um das Draft-Erlebnis. Ja, es geht generell darum, dass die Farben alle was gegen wendliche Charaktere haben, weil sonst, wenn man straight wendlich draftet, ist das schon sehr eklig. Und das funktioniert ziemlich gut. Und das ist kein schönes Erlebnis für Leute, die nicht draft erfahren sind und dann nehmen die halt so eine Karte Gott sei Dank mal mit und dann haben sie doch was gegen wendliche Charaktere. Aber den finde ich nicht gut. Den Micky finde ich auch ganz schlecht eigentlich. Deine Pluto-Charaktere halten robust plus 1. Es gibt diesen One-Drop-Pluto. Der eh nichts aushält und Charaktere billiger macht. Ein Resist von dem Micky hilft ihm aber nicht wirklich. Also du kannst es ja on-Curve spielen, ne? Turn 1 Pluto, Turn 2 Pluto tappen plus 2 Tinte tappen in den Micky. Dann hält er trotzdem nur 2 aus. Nee. Nee. Und es gibt noch kein Pluto in diesem Set. Genau. Also nicht bei unseren Spoilern. Das waren aber auch unsere Spoiler für heute. Oh, das war's schon. Ja. Wie gesagt, es gibt theoretisch mehr Spoiler-Stand heute, aber das sind sie für heute. Die anderen mache ich fertig für die Legende. Spätestens nächste Woche. Und wir haben euch unseren Kartenhügel vorgeführt. Jetzt tanzen wir Xavers Namen. Gib mir ein X. Gyrosensor in der Hand. Gib mir ein V. Gib mir ein E. Falsch Richtung. Hampelmann. Hampelmann. Genau, wir stellen uns einfach hin und machen Hampelmänner oder sowas. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Xaver Hampelmann, die Legende. Denkt dran, schreibt da und Hashtag Legende unten in die Chatbox, in die Kommentare, weil Xaver Hampelmann ist einfach die Legende. Wer fehlt es genauso, schreibt es mal unten rein. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei mehr Spoiler. Sollen wir uns nochmal die, sollen wir nochmal die Tabletze tauschen? Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.